Hallo und herzlich willkommen auf IRLA.de Wir wollen uns nun eine weitere Aufgabe zur folgenden Induktion anschauen Und zwar wollen wir zeigen, dass für jedes n gilt n hoch 3 plus 2n ist durch 3 teilbar Gehen wir vor, wie immer, fangen wir die Induktionsanfang an Die Induktionsanfang, n gleich 1 Setzen wir 1 ein n hoch 3 ist 1 hoch 3 plus 2n, also plus 2 mal 1 Nun 1 auf 3 ist 1 plus 2 ist 3 Nun 3 ist durch 3 teilbar, also korrekt Jetzt ist es weiter, jetzt müssen wir den Induktionsschritt wagen Das heißt, wir müssen schauen, setzen wir ein beliebiges n fest Für das dies überhaupt nicht gilt Induktionsschritt, das heißt es gehört Induktionsannahme dazu Also angenommen Es gilt für ein beliebiges, aber festes n, eben die Behauptung Dass n hoch 3 plus 2n durch 3 teilbar ist So müssen wir zeigen, so wie gesagt, die Induktionsbehauptung Dann gilt auch für n plus 1 Eben diese Aussage, das heißt wir müssen beweisen Für n plus 1 die Aussage, das heißt ich setze schon n hoch 3 n plus 1 hoch 3 an n plus 1 hoch 3 plus 2 in Klammern n plus 1 Ja, warum können wir das ja machen? Das hatten wir in den vorherigen Videos auch schon gesagt Wenn das n der Domino umfällt und das n plus 1 der Domino umfällt Und wir das allgemein gezeigt haben, dann wissen wir, es ist für alle gültig Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das hier zeigen Rechnen wir das aus n plus 1 hoch 3 Nur noch 3, das ist zum Ausmodellizieren etwas lang Vielleicht kennt der eine oder andere von euch von euch noch das Pascal'sche Dreieck Dann können wir direkt zur Lösung kommen Die Lösung wäre in diesem Fall n hoch 3 plus 3 n Quadrat plus 3 n plus 1 Wie kommt man darauf? Kann man das da allgemein machen? Wie war das mit dem a plus b hoch 3? Das war ja in dieser Pascal'sche Reihe Da konnte man das ausrechnen oder eben direkt ausmultifizieren Das heißt a plus b mal a plus b hoch 2 Das kann man weiter ausrechnen Das ist a plus b Erste binomische Formel Mal a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat Rechnen wir das weiter aus, jetzt jedes mit jedem Das heißt a mal a Quadrat ist a hoch 3 a mal 2ab ist 2a Quadrat b a mal b Quadrat ist ab Quadrat Schauen wir, wie wir das mit dem b weitergehen b a Quadrat Das nächste ist 2ab Quadrat Und das letzte ist b hoch 3 Nun können wir das zusammenfassen Das heißt a hoch 3 Plus hier a Quadrat b Hier auch a Quadrat b Das heißt wir haben 3 mal a Quadrat b a b Quadrat Kommt auch 3 mal vor Und b hoch 3m Und jetzt haben wir diese Struktur 1a hoch 3 plus 3a Quadrat b Plus 3ab Quadrat plus 1b hoch 3 Und das kann man jetzt für alle beliebigen a plus b hoch 3 In diesem Fall n plus 1 hoch 3 anwenden Das heißt 1n hoch 3 plus 3n Quadrat plus 3n plus 1 Schauen wir uns das weiter an Hier die 2n plus 1 ausmultipliziert 2n plus 2 Nun, wie rechnen wir hier weiter? Wir wollen ja hier oben unsere Annahme verwenden Das heißt wir müssen jetzt hier das n hoch 3 bis 2n rausprimeln Das heißt n hoch 3 plus 2n Haben wir hier die n hoch 3 und hier die 2n Was bleibt übrig? Plus 3n Quadrat Plus 3n Das hier 3n Quadrat 3n Und hier 1 und 2 hergibt 3 Und jetzt haben wir hier Das ist durch 3 teilbar Nach der Nutzungsannahme Und das hier, das ist überall eine 3 mit drin Also es sind auch alle einzelnen zum Mantel durch 3 teilbar Also ist noch der komplette Term durch 3 teilbar Das heißt wir haben gezeigt Dass es für ein beliebiges n Und dadurch für ein beliebiges n plus 1 gilt Das heißt wir haben die Behauptung gezeigt Danke